Musik Zur Zukunftssicherung unseres Produktionsstandortes in Homburg mit 2700 Mitarbeitern möchten wir seitens Schäffler mit unserem Engagement die Neugier der jungen Menschen an einer Ausbildung im technisch-gewerblichen Bereich wecken. Mit Spiel und Spaß wird hier in der Wissenswerkstatt das Interesse und die Begeisterung an Technik frühzeitig gefördert und durch das vielfältige Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. Vielleicht möchte ja auch Ihr Unternehmen die Wissenswerkstatt unterstützen. Herzlich gern!